Catboy, fang mich! Juhu! Prima, sie sind weg. Jetzt kann ich meine Besorgungen machen. Ich will für die Jungs Geschenke kaufen. Was macht Luna Girl denn hier? Na, wie auch immer. Hm, ich könnte Romeo ja eine Lupe kaufen. Mädels, kann ich euch helfen? Nein, danke. Falls ihr Weihnachtsgeschenke sucht, diese Kamera wäre doch sicher ein schönes Geschenk. Oh, Gekko liebt es Fotos zu machen. Diese Kamera macht wirklich tolle Bilder. Cool, die nehme ich. Kann ich mir mal die Stereoanlage anschauen? Ja, bitte. Juhu! Ich glaube, in pink würde die Stereoanlage Romeo nicht gefallen. Der kabellose Kopfhörer ist gerade im Angebot. Kann ich mir mal die Gitarre ansehen? Oh, über eine Gitarre würde sich Catboy sicher freuen. Ich habe die Gitarre zuerst gesehen. Du hast sie aber noch nicht gekauft. Die Pyjama-Helden kommen mir jedes Mal in die Quere. Hört sofort damit auf. Lass mich los. Aua! Ihr macht ja alles kaputt. Hört auf, alles kaputt zu machen. Hört auf, alles kaputt zu machen. Okay, okay. Autsch. Nimm das. Ah. Au. Ha. Was macht ihr denn da? Das geht dich nicht an. Äh, okay. Ruf uns, wenn du Hilfe brauchst. Mädels, ich habe gerade gesehen, dass wir zwei Gitarren haben. Hä? 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 Seht ihr? Hihi. Klasse. Welche soll ich nehmen? Such dir eine aus. Die kosten beide zehn Moneten. Ich nehme auch die Kamera. Das macht dann 15. Hier, bitte. Bitteschön. Danke. Tschüss. Hihi. Kommt bald wieder. Aber nur, wenn ihr nicht streitet. Tschüss. Tschüss. Tschüss.